Ich weiß aber nicht, ob das ein Flughafen ist. Mond Everest ist doch Kanada, wo oben die Ecke, ne? Da könnte ja VNKT vielleicht sowas mit Vancouver sein oder so. Aber die waren ja mit C geschrieben. Hm. Ja. 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 Nein. Oha, ich glaube, ich sinke zu stark, hier sind noch Berge. 500! 500! Oha, ich weiß nicht, wo ich im Flieger bin. Ich glaube, es ist zumindest ein Wegpunkt oder sowas. Oh, die Sonne! Wer hat schon, dann checken wir irgendwann mal aus den Leuten raus und hier. Okay. Mhm. Ach du Scheiße, unser R-Speed geht da im roten Bereich. Aber extrem sinken. Ach du, da unten sehe ich auch drin. Ja, nice! Also laut der Karte hier unten machen wir einen ganz schönen Sturzflug. Oh, mein Gott sei Dank. Momentan bin ich, glaube ich, auf Medium. Bin mir aber nicht ganz sicher. Warte. Grafik, mittel. Wollen wir mal hoch probieren. Muss ich das erst mal speichern irgendwo? Anwenden? Ne, scheint gleich so zu gehen. Boah, hier sieht das kleiner mal wesentlich besser aus dort unten. Ich habe leider noch nichts offen, wo ich mir meine Grafikkarte angucken kann. Also ich für mich, ich weiß nicht, ob es im Stream auch so krass ist. Also der Unterschied ist extrem. Also hier unten die Details übelst. Sollte vielleicht langsam wirklich mal was gegen den Trump tun, ne? Aber wie schwerfällig reagiert denn die? Ja. Ich habe jetzt den Trumpf. Ach so, das hat mir nicht geliebiert. Okay, aber ich habe noch sehr gut gemacht. ja ich habe sicherheit selber auf mittel genommen hätte sich mein system höchste haben wir halt nicht ganz sicher meine grafikkarte mit 1070 die schon so einige jährchen auf dem buckel hat momentan ist es schwer an kraftkarten ranzukommen deswegen aber es geht ja ich bin gespannt was der fliegt dort hinten ist aber das wird bestimmte flughafen sein macht sich beschissen wird er halt genau dahinter sein oder man muss halt wieder so machen so mit dem maus rad gedrückt selbst da macht es nicht wirklich gut 20 kilometer noch bivouane international ok da haben wir ja noch genug zeit da hat mir der fluglehrer nicht gesagt deswegen mache ich das nicht ich probiere mal effen funk also m� FC auf wird ist es geht ihr das ist bleibt wird es ein das wird immer so leise ist das dort unten das sind die die hier vorher lang geflogen sind ja du kannst mich mal mit deinem co-pilot ich will den flug noch ordentlich zu ende bringen die dramatische musik ich krieg richtig angst so 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 so